Hey Freunde, kommen wir zum Season Woche 1 Auftrag, füge Gegnern Schaden zu, während du rutschst. Wir machen den Auftrag einmal kurz zusammen. Mit Schaden zufügen ist nicht einfach reinrutschen gemeint, so wie in dem Fall jetzt hier. Also wie ihr seht, zählt das Ganze nicht, sondern wir müssen rutschen und den Gegner dabei anschießen. Das Ganze müssen wir zehnmal machen. So, und wie ihr seht, ist der Auftrag dann damit auch schon abgeschlossen. Wenn ich euch damit weiterhelfen konnte, lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und bis dahin sehen wir uns im nächsten Clip. Ciao!